und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu lost planet 2 immer noch die kampagne diesmal mit episode 2 kapitel 1 mit dabei ist der johannes hallo und wir starten die mission wir spielen jetzt als nie weg genau wir sehen ganz anders aus wir sehen irgendwie menschlicher aus finde ich wir sehen aus wie navies siehst du oder menschlicher sind wir eigentlich nicht das sind alle fraktionen gleich menschlich sieht halt eher so nach kampfschwimmern ist ja ja nie weg ist mehr so unter wasser ich dachte sie waren für uns arbeiten? nicht ganz. in den letzten Jahren haben wir ihnen um bestimmte machinerie und weibungen mit technologien die wir verabschieden haben wir gehen gegen die kampfschwimmern, einige ihrer aktivitäten haben bis jetzt nicht toleriert aber sie haben zu überlegen, was die höheren umgekehrt sind. das ist weshalb du auf diese mission bist copy das, bereit für die separatierung sitzt du auch gerade im u-boot? ja take the lead wir separieren wir sind jetzt in den kleinen ja die vier sehen geil aus ja finde ich auch wir haben Cyclox und es ist abgehend ich kann nicht glauben dass sie diese Stacks noch recyckeln so oh 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 bei den torpedos musst du aufpassen dass du mich hoch ziehst wenn du es aktivierst aber ich muss das ding steuern? nein glaub nicht glaub nicht ja ja so proud dass niemand ever replaces die operatives we lose on missions ja nevick nevick we're just expendable assets die roge nevick die roge nevick nevick berg die roh er hat die rohschkarte so sieht er nun aus Da ist Plasma. Kann der überhaupt das sehen? Ich glaube nicht so dreckig wie das Wasser ist. Meine ich mal mit dieser Maske. Jetzt kann er den Fisch hinzugucken. Ja. Nice. Bitte warten Sie. Schönen mit den Masken auf. Und denkt daran. Kein Grußig. Geht's die Mission noch? Reicht plus. Gut da drinnen. Da ist ne Kiste. Da muss man auch ausmachen oder? Jupp. Oh, warte mal kurz. Die Nap-Rat haben wir nicht richtig geladen. Ah, ich habe ein Sniper-Rifle gefunden. Nice. Verdammt. Geht nicht. Wir müssen ausprobieren. Oh, hier von... Pass auf die Such-Scheinwerfer. Hier geht's. Kann man den Scheinwerfer ausknipsen? Ein Sniper-Turm. Nicht mehr. Ich guck mal, ob den Scheinwerfer ausknipsen kann. Nein, geht nicht. Keine. Nein, können wir nicht zerstören. Der Sniper ist weg. Zumindest einer von ihnen. Den Griff sind nicht kaputt. Ich habe gerade mit einem Scharfschützen in der Reingeschossen. Ach so. Ich muss zehn Handgranaten. Ah, shit. Oh Gott, dieser Haken ist nicht... Shit. Ich bin reingelaufen. Ich glaube, ich habe Alarm ausgelöst. Na gut, jetzt wirst du... Jo. Egal, Schleich-Missionen bei Lost Crown kannst du eh knicken. Ich bin aufgelöst. Und ich habe viel Zeit gemacht. Ich nehme hier an. Okay, jetzt gehen wir an. Ich habe schon mal sie ab. Aufgelöst. Ich gehe über die Aufmerksamkeit. Das sind die Aufmerksamkeit. Das sind die Aufmerksamkeit. Das ist nicht so gut, ich habe ihn abgeholt. Woa! Das ist nicht so gut. warte mal, warum nicht gleich so erste mal die Tode kloppen boah, ich mag den neuen Schrotz hinter Gebiete abgeschlossen, was? das ist okay eingedrungen, leichte Verluste okay ich glaube leise hätte das keinen Spaß gemacht, oder? ja, war ja grad gut 3 Minuten fährt sich gut weiter trotzdem A und F weiter ja bitte warten sie jetzt bräuchten wir noch ein Dress, äh, ein S kriegt dann werden wir ein F warte mal, ich versuche den auszuknipsen und zwar einfach weiter das sind Typen, okay warte das war einer davon das ist der Sniper-Reichel acht, zwei, eine Vorzüge ich bin ins Wasser gefallen ich wollte heute nicht baden gehen nicht nicht die Sniper-System ich weiß was die Sniper-System ist wo ist das? Schrotflinte? guck mal was da ist Da ist so ein komisches, rotes Teil. Ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Gegner. Umarzt machen. Ich weiß nicht, ich hab schon gepiepst. Der ist ein bisschen gepanzert, könnte es sein. Ich bin so gut wie tot. Ja. Boah, du stehst gerade voll in meinem Schuss halt. Warte mal. Ähm, ich brenne. Ich auch. Ich bin tot. Wieso habe ich auf einmal angefangen zu brennen? Ach, weil es da brennt. Deswegen wahrscheinlich. Mhm. Ich brauch nicht mehr Atemalenergie. Ja, ok, eigentlich. Ach, dann geht es noch mal. Okay diesmal habe ich das Superhead System aufgelöst. Ist ja wirklich cool. Oh, ich habe auch einen Schuss. Älper. das ist weiter warte jetzt ist schild du magst der schilder erst mal die energie handgranaten vielleicht diesmal ohne das nächste security system zu chippen aber die rückenskarte erbe also ich habe Da kommen noch Spiele. Granate geht raus. Lol. Alter, dieser Aim-Bot. In dem Moment, wo ich Schild zusammenklappe. Ich habe den Mech gefunden. Korrigiere, er hat mich gefunden. Hey, warte, ich nehme mein Schild wieder. Bringt nix, er trifft trotzdem. Ja, aber mich nicht. Lass mich das wieder rücken. Ich bin schon dabei. Ich sprinte. Ich sprinte. Ja, das ist tot, oder? Nein. Äh, Security System auf dem Boden. Nein. Ich habe gedacht, das wäre ein Security Laser. Was machst du? Alter. Gab mir jetzt auch mal einen geilen Screen fürs Ende. Wow, fünf Minuten. Das stimmt, das ist nice. Was ist das, wie lange wir zum Schleichen gebraucht hätten? Und weiter. Zehn Stunden. Bade Morgang. Bitte warten Sie. Das habe ich gehört. Los. Bereit? Los. Ich habe mal einen Mütze. Boom. Wow. Au. Hoppla. Wow. Oh, das war ein Granate. Okay. Hier geht ja fett die Party, oder? Äh, hier geht echt fett die Party. Da oben rennen wir es. Ja, absolut. Komm her, mein Freund. Alter, der tickt sich gerade so richtig hart, ey. Darauf geht der immer auch nicht. Wies. Jungs, viel Spaß damit. Jungs, viel Spaß damit. Au. Haben gerade die eigenen Leute umgelegt? Da kommt noch einer. Halt. Ich habe einen Flammenwerfer. Vorsicht. Jetzt nicht mehr. Bist du wieder da? Ja, perfekt. Ähm. Kannst du mal aufhören, mich zu schieben? Okay, unten rum. Von oben. Mech. Ich weiß nicht, dass die... Warum immer auf mich? Alter. Ich hab ne Kampfkurschen gefunden. Ich bin tot. Ich hab ne Kampfkurschen, die ich nicht mehr genutzt hab. Keine. In der Lärche liegt es ja. Ah, da hinten. Jetzt sind immer noch 3 Schuss drin. Das war das Gebiet? Ja. Das war es ja schon wieder. Da sind immer noch 3 Schuss drin. wie kann man die auf oder hat sie es gefunden ja in der Kiste ok wir schießen uns langsam vorwärts ich glaube wenn wir am Anfang geschlichen wären hätten wir so ziemlich gar nichts geändert vor allem gut zu wissen wie man die Kisten öffnet ja Thermalenergie ja ja am Anfang haben wir ja geredet, wie geht das, wie kriegt man die auf? ok klingt nach einem einfachen Plan finden und aktivieren klingt relativ einfach, vielleicht habe ich jetzt auch eine Verwendung für meine Sniper läuft besser aus als könnte man da ganz gut runter snipen ich habe es gar nicht gebraucht Achtung auch gut auch guck mal da auf der anderen Seite vom Zug auch man 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 Vorsicht vor den Zügen auch auch ich bin angesnipet worden das war jetzt was für dich ich bin zu weg ey die Waffe auch die Waffe hat einen cooler und das ist ab nochmal das ist ja nur ein bisschen OP das war ja nur ein bisschen OP bauauauauauauuaua Vorsicht vor den Zügen Zudem sind wir mit dem Schild gerade erledigt, dann ist er einfach davon selber umgekriegt. Kann ich mich der RZA annehmen? Nein. Wie wäre es, wenn wir erstmal Spam würden? Okay, Party time. Du solltest nicht auf den Zug springen. Hab ich mir fast gedacht, denn dort steht Vorsicht vor den Zügen. Aua, Aua, Aua. Da steht Vorsicht vor den Zügen. Ja, relativ vom Anfang. Aua, 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 Aua. Hinter dir. Grad hilft dich auch verreckt. Ich weiß aber nicht wo- Oh. Ja, das war nicht so geil. Hat sich auch grad schön runter gehauen? Das wollte ich eigentlich, aber okay. Das sind meine Waffen, mein Plasma-Gewehr. Ja, also bei mir ist es ein Plasma-Gewehr. Kampfrüstung. Ich bin am verrecken. Oh, wir haben uns den Punkt geklaut. Ich bin unterwegs. Kann mal einer den mir nimm Schild? So? Alter, ich hab kaum noch... ...komme von dieser komischen Thermal-Energie. Aua! Irgendwas fetzt hier heftig. Ja, aber was? Au! Neben uns! Da drin ist ein Sniper. Alter, der spawnt hier! Ja, und deswegen hat er mich jetzt auch gerade umgehauen. Feindlicher wie es? So. Direkt neben mir! Direkt neben dir! Das bin ich nicht mehr. Komm wieder hoch, ich versuchte mich. Alter! Wow! Oh! Da oben schwebt was! Er schwebt was? Eine Drohne! Mhm! Die hat mich erledigt! Die ist weg! Noch eine! So! Da ist schon wieder so einer mit einem Schild. Die schießt gerade auf mich. Kann ich jetzt mal sterben bitte? Jetzt geht die Mini euch. Ich glaube die glauben, ob die das ist nicht cool. Hier ist irgendwo ein Smartfak, kurz auf. Alter, was zieht hier so heftig? wegblende ich die waffe die sind alle schon wieder an dem punkt endlich das war heftig gegen was ist gerade sehr sehr unübersichtlich ich kann fliegen trotzdem ist gut wie erwerben ja kann man dieser stelle auch wieder vielen dank fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal 10.000 80 800 würde ich auch mal ausprobieren 3200 ist das ungefähr also denn tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020